Willkommen meine Laktosen intolerante Zuschauer, mein Name ist Abraham Okkult. Viele von uns glauben an Geister oder auch mysteriöse Wesen. Einige erzielen sogar von Begegnungen und seltsamen Zusammenstöße. Für den normalen Menschen kommen Geister nur in gruseligen Geschichten vor. Ich persönlich freue mich über euren Themenwunsch. Ich werde nicht versuchen euch zu überzeugen, dass etwas Übernatürliches existiert, sondern ich zeige euch reale Videoaufnahmen, wo einem schon mulmig wird, hoffe ich jedenfalls. Schreibt mir in die Kommentarliste, welcher Teil für euch am seltsamsten ist. Aber bevor wir weitermachen, klickt bitte auf die Infoblas, um das nächste Thema auszuwählen. Wir fangen an. Dieses Video wurde in der Ukraine aufgenommen, 2016 in einer ländlichen Kirche. Ein seltsames weißes Wesen wurde nur von der Kamera gesehen. Das nächste Video wurde in einer katholischen Kirche aufgenommen. Zu sehen ist ein nicht erklärbares Wesen, das einem Geist ähnlich kommt. Das nächste Video wurde in der Ukraine aufgenommen. Jetzt kommen wir zu meinem Favoriten. Dieses Video ist extrem unheimlich und unerklärlich. Bei dieser Frau erscheint das Gesicht total entstellt. Ein verstörendes Grinsen, als ob ein Dämon in ihr wäre. Wenn euch dieses Video gefallen hat, so könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Für jeden Neuankömmling steht ein Abonnierbutton bereit. Das war's, euer Abromo Kult.